Und hallo YouTube! Für das Buch der Woche geht es dieses Mal um die Götter und Mythen der Germanen von Arnulf Krause. Dieses Buch ist ein gutes Einführungswerk für alle, die sich mit der Kultur, Religion und Mythologie der Germanen befassen wollen. Arnulf Krause geht darin auf die Rollen und den Charakter der Götter, die Kosmologie und das Weltbild der Germanen, aber auch auf kulturelle Aspekte wie Opferarten und Begräbnisriten ein. Obwohl die nordische Mythologie natürlich den Hauptteil des Buches einnimmt, deckt es auch Religion und Mythologie in der Antike bis hin zur Christianisierung ab. Auch auf die heutige Bedeutung und Perspektiven auf die Mythen und Kultur geht Krause ein. Es wird auf Literatur und Archäologie eingegangen und während die einzelnen Mythen eher nur angesprochen und zusammengefasst werden, gibt es einen sehr guten Überblick und eine wissenschaftlich fundierte Einführung in der Religion, Geschichte und Mythologie der Germanen. Wer sich also nicht nur für die Mythen und Geschichten an sich, sondern auch für deren Bedeutung und den kulturellen Kontext bei den Germanen interessiert, hat mit die Götter und Mythen der Germanen von Adolf Krause einen guten Startpunkt.